also kommt ja was funktioniert oder vom prinzip ja oder nicht du musst jetzt im richtigen wenn du so am boden legst du musst dich schwer machen ja halt bei mir ist das x 1 2 und habe ich die gerätet 1 hat die holte ich und dann springt mich richtig stand der klavitte links ich glaube das ist der trick im assistance mode könntest jackball hinzuziehen so wird das ist aber krass 1 2 3 lassen wir wollen schon wenn ich komplett im kreis drehen kann ja da kann man sich in der wand festheben ja so super ruf ist ja das kann ich Warte, wenn ich nach links schwinge, kannst du umlaufen. Wenn ich nach links schwinge, kannst du umlaufen. Ich bin ganz rechts und du drückst. Lass los. Du bist gerade nach links umgeschwungen. Mein Körper wäre ja noch rechts. Das zieht ja dann um. Oh, okay. Eins, zwei, hopp. Du wirst doch in der Schwindel zwergen. Na. Nur mit 15 Jackboy. Hey, nächstes Tutorial. Was für ein Spaß. Lecker. Ich zeige eine Konnexion. Ja, nice. Oh Gott. Okay, mach du. Ich drehe mich wieder einmal komplett im Kreis, gell? Ja, das ist ja viel zu einfach. Oh Mann, jetzt hast du dich so verhext. Okay. Was? Ja, einer hebt sich fest und der andere schwingt dann. Der andere schwingt, hebt sich dort fest. Also ich hebe mich fest, du schwingst und dann gehen wir. Okay. Oh, ich muss und ach so. Ja, kannst du eine Klabe. Und hopp. Oh, mach X. Oder halt, was auch immer deine Tasche ist. Oh Gott. Also es ist ein lieber der Heber und du schwingst Schuppe. Ja. Okay. Eins, zwei, Intens. Komm an. Jawolli. Ach so, ja. Boah. Was? Wenn du siehst, wenn du ziehst mich, dann kann ich zuerst auspendeln, damit sie nicht umgezieht. Okay, ich lauf her. Ähm, Gott, zieh das aus. Und du musst immer wieder an der Wand gehen. Nein, ich glaube, du musst ja, der Heber und dann schwingt da vorne wahrscheinlich irgendwie, oder? Oh, noch. Haben wir zu viel kalkylated. Okay. Super. Ich glaube, da wäre wohl eher ein Checkpoint wieder, wenn wir die aktiviert hätten. Okay. Okay. Ich glaube, da wäre es eine Kurve gegangen. Ja, eine Kurve. Ah, nein. GG. GG. Bis zum nächsten Mal.